Der Gig ist jetzt vorbei. Wir waren heute in Willikheim. Es war der Oberhammer. Die Leute waren granatenmäßig gut drauf und ich würde sagen, schaut euch den Podcast an. Da habt ihr so einen Zusammenschnitt von allem. Es ging richtig gut ab. Das war's. Das war's. Das war's. . 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alex ohne Unterwäsche Das machen wir vor jedem Gig Rauffingeln Wir sind hier mit Barb Wire Ich bin der Nummer 1 Bullet of the Week All eyes on 5.000 Menschen stehen draußen 30 Sekunden Irgendwie hört niemand drauf Ich merke gerade, es sind alles keine Musiker, die da stehen Was machen die Leute da? Was machst du da? Ist das Koks? Ja, ich werde mal so einen Becher abfüllen Ich bin ein bisschen müde Ich bin ja auch schon seit halb drei, halb Mittag wach Ich bin ja nicht wohnen, so früh aufzustehen Aber das sind Droge Das ist pflanzlich Dürfen wir das senden? Homöopathisch Naturprodukt Ich habe zur Tannung hier einen Pepper drauf gemacht Lycopodium Können wir jetzt im Internet nachschauen, was das ist der Pe basket wird Hier hat sich schon wieder angezogen Am Weiß Das traut man dem gar nicht zu, unter dem Klamotten. Das kann man noch mehr essen. Ja, der Mägel! Ja, der Mägel!